Wir sind hier auf der Tank- und Rastanlage Denkendorf an der Autobahn 8. Wir wurden alarmiert zu einer Rauchentwicklung aus dem Aufflieger, einem LKW. Wir sind mit dem Löschzug ausgerückt, wenn wir vom LKW-Brand zunächst mal ausgegangen sind. Beim Eintreffen haben wir Rauch aus einer Mulde auf einem LKW fest wahrgenommen und stärker Geruch nach Ammoniak war zu riechen. Dann war die Erstmaßnahme hier entsprechend den Gefahrenbereich abzusperren und auch hier die Tank- und Rastanlage zu sperren, auch das Gebäude der Tank- und Rastanlage zu evakuieren, weil über die Liftung des Tankstellengebäudes ist auch entsprechendes Ammoniak ins Gebäude eingedrungen. Insofern haben wir da auch vorsorglich das Gebäude geräumt und abgesperrt. Dann haben wir einen Fachberater Chemie hinzugezogen mit einer Messgruppe von der Feuerwehr Ostfildern, um entsprechende Messungen durchzuführen und auch den Stoff zu verifizieren, um was es sich genau handelt und wie wir weiter vorgehen können. Es war eine etwas schwierige Abstimmung, weil nicht klar war, was genau geladen war. Es handelt sich wohl um Aluminiumschlacke, die versetzt sich mit Ammoniak und das hat wohl mit Wasser entsprechend reagiert. Das Wasser ist wie auch immer in den Container eingedrungen und hat dann entsprechend reagiert und entsprechend das Ammoniak freigesetzt und auch eine thermische Reaktion ausgelöst. Also der Container ist auch recht warm geworden, knapp 100 Grad warm. Insofern haben wir entsprechenden Brandschutz mal aufgestellt und sichergestellt, aber den Container als solches bzw. das Aluminium dürfte man natürlich nicht mit Wasser behandeln. Deshalb muss man vorsichtig vorgehen. Und dann haben wir geklärt mit entsprechenden Fachberater Chemie, selbst mit BASF Werkfeuerwehr, welche Maßnahmen denn jetzt sinnvoll und notwendig wären. Schlussendlich haben wir uns jetzt dafür entschieden, den Auflieger abzusatteln, zu öffnen und das Ding durch reagieren zu lassen. Dann haben wir jetzt die Hoffnung und die berechtigte Begründung auch von dem Fachberater Chemie, der gesagt hat, das reagiert jetzt recht zügig durch und damit ist dann die Reaktion beendet und wir können den Container dann wieder aufladen und in einen Quarantäneplatz stellen. Da sind wir gerade in Gesprächen mit einer Fachfirma, einer Entsorgungsfirma, wo wir dann den Container hin verbringen können und da dann einen gesicherten Bereich abstellen können, sodass dann für uns der Einsatz dann auch beendet werden kann. Die Feuerwehr Denkendorf ist mit 25 Mann und 4 Fahrzeugen hier vor Ort. Die Feuerwehr Ostschildern mit einem Messzug, mit einer Messgruppe hier vor Ort, die sind 10 Personen und dann sind noch zwei Streifenwagen der Polizei hier vor Ort. Ja, das ist schon immer so mit Gefahrstoffen immer ein bisschen problematisch und gerade hier aber auf der Tank- und Rastanlage dann doch nicht so selten. Hier wird halt viel transportiert und viele LKWs und so haben wir immer mal wieder solche besonderen Lagen, die uns auch ein Stück weit herausfordern, weil keine Chemikale ist wie die andere. Wir werden jetzt auch ein Stück weit zurückbauen können an den Kräften. Wir werden nachher den LKW noch begleiten zum Quarantäneplatz mit einem Löschfahrzeug, mit der Polizei zusammen im Einsatzleitwagen, sodass wir jetzt dann nach und nach die Kräfte zurückbauen werden.